Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 1 mit einem Skull-Duo. Was verteidigen wir denn auch? Ja, ich, ja, ah, weil dann, wenn die meisten hin, hat man vielleicht höhere Chancen, das zu verteidigen. Oh Gott, oh mein Gott, das schulde Panzer. Oh yeah. Da komm was du drauf, passt. Siebzehn Schaden mache ich von hier aus mit der Panzerbüchse, das nervt mich ein bisschen. Hallo, Sonny. Danke. Bäh, sind da viele. Landet die ganz gut? Landet die gut? Natürlich gar nicht. Bäh. Wo kommt denn der Panzer? Ist der Panzer hier irgendwo? Da müsste hier irgendwas sein, ja. Ich hätte voll Bock, auf den Gegner schon Panzer zu schießen. Bäh, was? Nein, wo und wo? Jetzt kommen die von rechts, ich fasse es einfach nicht. Ich muss aber sagen, unsere... Bäh, schon wieder der. Unsere Sunnys, die machen ihren Job eigentlich ganz gut. Ja, müsste ich auch gerade sagen. Jawohl, da habe ich den, da habe ich den Sack. Diese blöde Fotze. Boah. Alter. Gut. Ich liebe es manchmal, so ein schönes Hepz zu haben, weil manchmal höre ich so Schritte, drehe ich mich automatisch in diese Richtung. Nein, jetzt die Brandgranate. Oh, Mann. Der hat die Brandgranate so perfekt geworfen, dass die direkt neben mir explodiert ist. Und ich halte ganz wenig HP. Komm schon, tötet den und dann auch, schade. Leider sind da zwei Gegner bei meiner Leiche. Das würde nicht funktionieren, dass ich reanimiert werde. Du bist auch tot oder wie schaut es aus? Ich lebe. Achso, du bist... Was machst du? Markier mal irgendwas zum Verteidigen, da kriegst du massig viele Punkte. Ich mach A die ganze Zeit. Ja, aber da kriegst du echt viele Punkte. Was machst du? Es ist ja irgendwo ein Panzer, ich hätte voll Bock auf ein Panzer zu schießen. Ist er schon wieder tot, der Panzer? Ja, ich hab den nur am Anfang mal kurz gesehen und dann ist er zurückgefahren und seitdem sehe ich den nicht mehr. Ich glaube, ich hab so das Gefühl, ich will es ja nicht verschreien, aber ich hab so das Gefühl, das wird eine schnelle Runde. Ich bin mir schon, ne? Das war mein Nehmen, er ist ja gerade der Kuss. Alter! War das wieder deine? Nein. Okay, das war jetzt fix deine. Oh, shit. Na, toll. Weißt du, genau, ich wusste, dass er kommt. Weißt du, und dann... Panzer. Ne Sekunde, bevor er kimpt, kommt Artillerie und hittet mich mega an. Aber ich werde reanimiert. Jawohl, läuft ja richtig gut. Wo ist ein Panzer? Ich hab ihn markiert. Da, okay. Oh Gott Ich hab mich glaube ich gerade selbst um Ich bring mich gerade selbst um Nein doch nicht Ich hab leider meine Granate verschmissen Nein ich wollte ihn gerade zerstören Nein Ich hab den nicht mal Oh Mann Ach fuck Ja lol Genau da fliegt die Granate hin Und ich lauf ihn direkt rein Das ist doch nicht scheißer scheißernst Was jetzt kommt von rechts und von links jemand Nein Oh Mann Als hätten sie sich abgesprochen Um mich so einzukreisen Ich kriege ja voll Panik Erst kriege ich das mit dem Panzer nicht hin Obwohl ich den so gut wie weg hatte Dann gucke ich kurz hoch Dann brennt er und explodiert Ach scheiße Und dann denke ich dass von links ein Gegner kommt Und anstatt dass Dann gucke ich nach links Dann höre ich rechts Schritte Gucke ganz kurz nach rechts Da kam nichts Gucke ich wieder nach links Da waren dann Gegner Und dann wollte ich anfangen zu schießen Und dann wurde ich von rechts erschossen So ein hin und her Was ein Scharfschütze von unserer Seite aus Hä Sag mal Vertue ich mich gerade Oder Ist es normal Dass ein Scharfschütze bei uns In Spawn hockt Und auf uns schießt Oder so Ist es Ja das ist überhaupt ein Camping halt Dankeschön Oh lol Hä wo ist denn das So ist denn halt noch Ich hab den schon Ich wurde reanimiert Der saß direkt Der saß direkt neben mir Ich wurde Ich wurde reanimiert Da habe ich einfach auf ihn geschossen Nicht nicht Lol aber der saß Verstehe ich nicht Wieso er funktioniert Da könnte ruhig mal wieder Ein Panzer von denen auftauchen Ich brauche mal ein paar Zerschwörungen Nein das ist ein Vetter Oh Wieso erwischen die mich Immer so schnell Wenn ich als Vetter Irgendwie um den schieße Und der läuft weg Habe ich keine Chance Mehr den zu erwischen Sobald ich nur einen fetten sehe Ne Und der mich aber noch nicht Und ich mich umdrehe Und weglaufe Bin ich sofort tot Mist Alles läuft gerade echt kacke Bei mir irgendwie Da hinten war ein Panzer Der fährt zu B Mein Gott Wunderbar 5 Gegner von mir Wäre ich nur nicht da hochgegangen Ach das nervt mich jetzt Wieso Wieso bin ich da Ist hochgegangen Wieso Das gibt's nicht Wie hat er mich wieder One-Hit gemacht Während ich mich beweg man Und wetten jetzt spawn ich Und dann ist er direkt Wieder zerstört Ich verstehe nicht wie die Leute Uns immer so schnell weghauen Mit Granaten und so Ich mach da immer so 12 Schaden Oder Ganz zu wenig Schaden Mach ich da immer Da ist der Panzer Ja ich hab ihn zerstört Sehr gut Ja Mache Fahrzeuge Kampfunfähig Nein Ich hab ihn zerstört Und ich kampfunfähig Das zählt irgendwie dazu Nee eigentlich gar nicht Ey ich hab doch voll reingeholzt Willst du mich verscheißern Anscheinend zählt das nicht dazu Kampfunfähig ist kampfunfähig Zerstören ist was anders Oder Oder Nö hat nicht funktioniert Naja aber um ihn zu zerstören Muss man hier eigentlich Kampfunfähig machen Normalerweise Ja wir haben zu viel Das cool Aaaaaaaaaaaaaa Oh komm schon Reanimier mich Alter ist ein grad so viele Das ist heftig Jetzt davon mal am Schluss Machen sie jetzt noch ziemlich Druck Alter 0 Meter von mir ist ein Sunny weg 3 Meter 2 Meter Oh ja Ja genau so will ich das Ich will ja nix sagen, aber ich seh echt gar nichts. Der Feind hat einen Sprengsatz am Einsatzzieher Werther. Was, da bricht ich noch gerade. Sprengsatz am Einsatzzieher Werther in Schärven. Ja, ich habe den letzten Kill gemacht, glaube ich. Genau als ich den Kill gemacht habe, war es vorbei. Das war doch mal ne lustige Runde. Es ging, aber es war jetzt keine besondere Runde, aber wir haben gewonnen. Aber wir haben gewonnen und es ging. Es war nichts Besonderes, aber ich kann damit leben. Ich habe nix der Views oder so. Naja, trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.